Mein Name ist Helge Schmidt und ich komme von der Firma FKS Friedrich-Hald-Ströder und wir bieten unterschiedliche Lösungen an aus dem EDV-Umfeld im IT-Bereich und unser diesjähriges Motto ist einfach nur arbeiten. Das heißt wir möchten unseren Kunden verschiedene Möglichkeiten anbieten, einfach mit unterschiedlichen Geräten an unterschiedlichen Orten oder zu jeder Zeit arbeiten zu können, auf ihre Daten zugreifen zu können. Weil wir ein Hamburger Anbieter sind, alle Daten bleiben bei uns in Hamburg. Wir sind alteingesessen, unser Unternehmen gibt es seit 90 Jahren und das sind einfach schlagkräftige Argumente, weshalb die Kunden zu uns kommen sollen.